Hallo und herzlich Willkommen zum Tonysport Newsfeed. Es steht uns glaube ich wieder ein sehr heißer Sommer bevor und wenn es so wird wie im letzten Jahr dann ist es natürlich besonders wichtig dass ihr sicherstellt dass eure Elektronik im Auto immer so gut wie möglich gekühlt wird und ihr eben die niedrigstmögliche Temperatur da im Auto habt um eben einfach sicher zu sein dass ihr da wegen Temperaturproblemen nicht ausfallt im Rennen besonders ärgerlich und ja wir schauen uns einfach mal heute an zusammen was man eben alles machen kann um die Temperatur der Elektronik so niedrig wie es geht zu halten da gibt es ein paar Dinge die man beachten kann und da legen wir einfach direkt los viel Spaß bei unserem heutigen Video. Ja dann wollte ich euch jetzt eigentlich an dieser Stelle meine Temperaturmesspistole zeigen allerdings habe ich die ja wohl verlegt oder verliehen sie ist nicht auffindbar aber ihr wisst was ich meine es gibt diese Infrarot Temperaturmessgeräte in allen verschiedenen Größen die bekommt ihr natürlich bei Tonysport und man bekommt auch welche im Baumarkt also da gibt es die verschiedensten Geräte wichtig ist einfach dass ihr so ein Teil besitzt gerade wenn ihr auf einer Strecke dann fahren geht wo ihr euch erstmal so an die bestmögliche Übersetzung ran tasten wollt da ist es eigentlich unersetzlich so eine Temperatur Pistole zu haben um eben einfach direkt mal nach zwei Minuten oder auch nach fünf Minuten dann checken zu können wie heiß ist denn die Elektronik gerade wo bewege ich mich gerade und dann könnt ihr auch besser nachvollziehen wenn ihr dann was ändert oder wenn ihr ein Lüfter einbaut wie viel es wirklich ausmacht ob ihr dann nur zwei Grad kühler werdet oder vielleicht doch 10 oder 15 Grad kühler und deshalb empfehle ich euch schon mal besorgt euch wenn ihr es noch nicht habt eine Temperaturmesspistole so ein kleines Infrarot Teil reicht das schon gibt es auch hier bei uns im Shop. So wenn wir jetzt mal ins Fahrzeug hineinschauen dann ist es so dass die meisten Regler einen Lüfter mit in der Packung dabei haben und mit diesem Lüfter den ihr einfach auf den Regler aufschraubt und dann hier vorne meistens einsteckt da erzielt ihr eben eine deutlich bessere Kühlung am Regler es gibt auch Regler die ohne Lüfter ausgeliefert werden die kann man meistens auch dann mit schwächeren Motoren auch ohne Lüfter mal benutzen aber um sicher zu gehen dass ihr eben da auf der sicheren Seite seid würde ich persönlich empfehlen immer einen Lüfter auf dem Regler zu benutzen dann habt ihr die Möglichkeit auch einen Motor Lüfter ins Auto einzubauen den kann man entweder hier direkt hinter dem Motor bauen oder auch hier wenn ihr Platz habt zwischen Motor und Regler an dieser Position welche Position da besser ist oder sinnvoller ist ja das sei mal dahingestellt da streiten sich die Experten wichtig ist nur dass ihr einen Lüfter habt der gute Leistung hat also irgendeine Art von high rpm Lüfter der eine gute Drehzahl hat und normalerweise sind die Lüfter dann immer mit einem langen Kabel versehen und ihr habt einen Stecker mit dem ihr den Lüfter in den Empfänger einstecken könnt dann bekommt der Lüfter allerdings nur die Spannung vom BEC des Empfängers und hat dann normalerweise nicht die volle mögliche Leistung die meisten Fahrer ja die ich so kenne die löten eigentlich das Kabel vom Lüfter immer direkt am Plus und Minus Pol des Reglers an so dass ihr dann direkt die Akkuspannung benutzt um den Lüfter anzutreiben das heißt wenn ihr dann vollen Akku ins Auto legt dann läuft der Lüfter auf 8,4 Volt und hat da eben mehr Dampf es gibt auch hier Lüfter die hier oben eine Steckverbindung haben wo ihr den Lüfter dann einfach abziehen könnt und wechseln könnt wenn mal was sein sollte es gibt die Motor Lüfter in verschiedenen Größen das hier ist jetzt ein kleinerer mit 30 Millimetern es gibt auch die größeren 40er Lüfter und ich denke solange ihr einen Lüfter habt der eine ordentliche Drehzahl hat eine gute Power hat dann ja tut es sowohl ein 30er als eben auch ein 40er und meiner Meinung nach solltet ihr draußen jetzt gerade wenn es warm wird auf gar keinen Fall auf einen Motor Lüfter verzichten denn der bringt euch überhaupt keine Nachteile sondern wirklich nur Vorteile ihr könnt dann schauen wenn ihr euer Auto schon perfekt ausbalanciert habt und dann eben ein Lüfter hier einbaut kann man manchmal eben auf der Gegenseite noch mit fünf Gramm Bleigewichte eben ja das Gewicht dann ausgleichen welches man dann noch hinzugefügt hat aber ansonsten würde ich euch wirklich immer empfehlen mit einem Motor Lüfter zu fahren wir haben gerade schon kurz über den Regler gesprochen auch am Regler habt ihr natürlich diverse Möglichkeiten Sachen einzustellen und zwar nicht nur Initial Drive und die Automatik Bremse die euch natürlich eben ja mehr oder weniger Hitze dann produzieren lassen ihr habt bei den meisten Reglern auch die Möglichkeit einer Temperaturabschaltung das heißt wenn der Regler zu heiß wird schaltet er aus Sicherheitsgründen ab wenn der Motor zu heiß wird schaltet der Regler ebenfalls aus Sicherheitsgründen ab und diese ja diese Abschaltoptionen die kann man bei manchen Reglern dann eben auch komplett deaktivieren das würde bedeuten ja der Regler schaltet dann eben nicht mehr ab wenn er zu heiß wird und ihr lauft dann natürlich Gefahr dass euch der Regler eventuell auch abbraucht im Lauf kaputt geht es ist aber so dass es auch mal vorkommen kann wenn ihr diese Abschaltspannung aktiviert habt also auf der sicheren Seite unterwegs seid kann es auch mal vorkommen dass eventuell der Regler hier über das Sensorkabel vom Motor mal ja eine falsche Information bekommt und der Regler denkt dann halt unser Motor ist zu heiß dann schalten wir doch mal lieber ab und ihr fallt vielleicht im Rennen aus euer Auto geht einfach aus obwohl es dafür vielleicht doch dann im Endeffekt gar keinen Grund gab und so ist es eben so dass die meisten Fahrer die viele Rennen fahren also die ganzen wirklich schnellen Jungs die haben normalerweise diese Abschaltspannungen im Regler immer komplett also diese Optionen komplett deaktiviert und fahren praktisch mit dem Risiko dass der Regler zwar kaputt gehen kann aber er schaltet dann eben halt auch nicht ab wenn da mal irgendwie vielleicht ein Fehler in der Datenübermittlung drin ist und da müsst ihr euch natürlich selber überlegen was ihr wollt fahrt ihr auf der sicheren Seite mit der Abschaltung oder geht ihr ein bisschen mehr ins Risiko und schaltet das aus damit ihr eben deshalb im Rennen nicht stehen bleibt ich persönlich fahre immer ohne aber ich glaube dass es dann natürlich auch ja so eine Sache ist wer sich da sicher sein will der sollte die Abschaltung natürlich dann auch drin lassen und diese dann eben auch ja ausnutzen wenn sie schon mal da ist ja die Lüfter im Auto sind natürlich extrem wichtig es gibt allerdings noch ein paar andere Dinge die man tun kann um die Temperatur im Auto ein bisschen niedriger zu halten und zwar geht es da um das Thema der Übersetzung wie ritzelt ihr das Auto und es gibt ja genug Klassen in denen die Übersetzung auch freigegeben ist es gibt offene Stock Klassen und es gibt natürlich auch Modified und da muss man ganz klar sagen mit der Übersetzung kann man schon vieles machen und wenn man das Auto zu lang übersetzt also wenn das Hauptzahnrad zu klein wird oder das Motorritzel zu groß oder auch beides dann wird ja die Gesamtübersetzung immer länger und ihr habt wahrscheinlich etwas mehr Topspeed im Auto und eine sanftere Beschleunigung aber das ganze produziert dann oftmals auch sehr sehr viel Hitze und ihr könnt euch da selber abhelfen indem ihr mit der Übersetzung einfach ein bisschen kürzer geht also kleineres Motorritzel oder größeres Hauptzahnrad damit habt ihr einen etwas höheren Wert in der Gesamtübersetzung und vielleicht ein bisschen mehr Punch aus der Kurve raus und vielleicht auch spürbar ein bisschen weniger Topspeed aber ihr habt auf jeden Fall einen kühleren Motor und Regler weil da eben dann einfach die Belastung nicht so hoch wird und da muss man eben immer ein bisschen schauen dass man es auf die Streckengröße anpasst denn oftmals fährt man so lange übersetzt dass man es gar nicht braucht auf der Strecke dass der Motor gar nicht ausdrehen kann auf der Geraden und man produziert so dann nur unnötige Hitze also denkt immer dran an die Übersetzung wenn ihr in Klassenfahrt in denen das offen ist selbst in Klassen in denen die Übersetzung vielleicht vorgegeben ist zum Beispiel jetzt mit 4,5 oder mit 5,0 wenn ihr da auch auf ganz kleinen Strecken unterwegs seid wo ihr denkt dass ihr auch die Leistung da gar nicht ausnutzen könnt dann lohnt es sich auch in diesen Klassen vielleicht sogar mal einen Zahn kürzer zu gehen auf kleinen Strecken sicherlich auch noch mal eine empfehlenswerte Geschichte dann habt ihr auch die Möglichkeit im Regler direkt selber etwas einzustellen die meisten Regler haben unzählige Parameter und gerade auch da wieder in offenen Klassen müsst ihr natürlich euch damit beschäftigen wie viel Boost ihr da benutzt wie viel Turbo ihr benutzt und wie ihr den Turbo dann aktivieren lasst und all diese Dinge damit könnt ihr auf jeden Fall auch verhindern dass zu viel Hitze im Regler produziert wird also mit den Änderungen im Regler auch immer sanft also vorsichtig umgehen nicht zu krasse Sachen einstellen tastet euch da langsam an die Werte heran und auch wenn ihr in reglementierten Stockklassen unterwegs seid wie zum Beispiel beim ETS beim TOS oder auch bei der HPI Challenge da sind ja die Regler dann immer im Blinky Mode oder mit irgendeinem Drehzahl Limiter aber es gibt auch da wieder Optionen die man einstellen kann und meistens macht man in den Stockklassen einiges mit dem sogenannten Initial Drive also mit dem Initial Anfahrverhalten des Reglers das kann man ja meistens ein bisschen höher stellen das heißt der Regler gibt dann aggressiver aus der Kurve raus schon Gas und stellt euch gerade am Anfang wenn ihr anfangt Gas zu geben mehr Leistung bereit ihr habt also guten Punch aus der Kurve raus und da kann man die Werte dann oftmals sehr sehr hoch auch einstellen das Auto wird dann richtig aggressiv und ihr habt richtig Dampf unten aus der Kurve raus aber auch da müsst ihr natürlich sehen wie viel davon braucht ihr wirklich habt ihr vielleicht dann durchdrehende Räder weil es zu viel ist und auch da wieder zu viel Hitze vielleicht produziert wird und auch damit immer vorsichtig sein denn auch das kann dazu beitragen dass euer Regler und euer Motor zu heiß gemacht wird dann ja wie ihr sehen könnt es gibt eine ganze Menge verschiedene Dinge die man tun kann um die Elektronik um die Temperatur im Fahrzeug niedriger zu halten und es ist auf jeden Fall wichtig und kann euch dann eben vor einem unnötigen Ausfall bewahren wenn ihr draußen die Reifen so richtig brennen lasst ja viel Spaß beim Rennen fahren und denkt immer daran Race with Tony Sport you will never race alone bis zum nächsten Tony Sport News Feed Video wünschen wir euch einen sonnigen Tag und sagen Tschüss bis zum nächsten Mal Tschüss bis zum nächsten Mal